Salvete Cari Discipoli, hier ist euer Lateintutor Radetzky. Unser Thema lautet heute das Gerundivum Teil 3 und zwar in attributiver Verwendung. Viel Spaß! Folgendes Vorwissen brauchst du. Du solltest auf sofatutor.com schon die beiden vorherigen Filme zum Gerundivum gesehen haben. Du solltest gut Bescheid wissen über die sogenannte KNG-Kongruenz. Und du solltest in der deutschen Lexik, also dem Wortgebrauch im Deutschen, sehr gut mit Adjektiven umgehen können. In einem Vorkurs klären wir erst nochmal einige grundsätzliche Aspekte zum Gerundivum. Das Gerundivum ist, wie die Partizipia, ein Verbaladjektiv. Als Verbalform ist es passivisch und kann durch Adverbia erweitert werden. Als adjektivische Nominalform bezieht es sich immer auf ein Substantiv oder Pronomen und richtet sich nach diesem im Casus, Numerus und Genus, sogenannte KNG-Kongruenz. Syntaktisch wird es meistens prädikativ wie die Partizipia gebraucht, manchmal aber auch direkt und einfach attributiv. Dazwischen gibt es dann noch die sogenannte Gerundiv-Konstruktion, ein besonders schwerer Fall, mit dem wir uns in zwei Extrafilmen beschäftigen werden. Das Thema ist also heute das Attributive Gerundiv und es geht gleich los. Während die ebenfalls passivischen Partizipia Perfekt eine vergangene Handlung ausdrücken und immer prädikativ zu verstehen sind, drücken die Gerundiver ein zukünftiges Geschehen meist mit dem Nebensinn der Notwendigkeit aus und werden übersetzt durch den Infinitiv mit zu, durch ein Adjektiv oder mit müssen sollen, verneint dürfen nicht, ganz selten mit können. Dazu kommen wir noch. Diese Übersetzungsmöglichkeiten gelten gerade auch für das Attributive Gerundivum. Wir haben als Beispiel für das Gerundivum in einfacher attributiver Stellung lieber Legendus. Das können wir auf die oben genannten drei Weisen übersetzen. Nämlich als ein deutsches Partizip Präsens mit zu, ein zu lesendes Buch. Zweitens unter Verwendung von müssen sollen in einem Relativsatz, ein Buch, das gelesen werden sollte. Drittens mit einem passenden deutschen Adjektiv, ein lesenswertes Buch. Solche lateinischen Zwei-Wort-Kombinationen aus Substantiv und Attributiven Gerundiv übersetzen wir im Deutschen gerne und elegant Adjektivisch mit den Suffixen wert, lich, würdig und ähnliches. Homo laudandus, ein lobenswerter, ein lobenswürdiger, ein löblicher Mensch. Selbstverständlich bleiben dir auch weiterhin die anderen Möglichkeiten zum Übersetzen. Ein zu lobender Mensch, ein Mensch, der gelobt werden sollte. Bellum miserrandum, ein zu beklagender, ein beklagenswerter Krieg. Dolor non ferendus hatten wir schon mal in einem vorherigen Film. Ein nicht zu ertragender, ein unerträglicher Schmerz. An diesem Beispiel nun kann man einen weiteren, sehr selten auftauchenden Nebensinn des Gerundivums erkennen. Denn die deutsche wörtliche Übersetzung mit muss oder sollen trifft hier nicht den Kern der Bedeutung im Lateinischen. Am besten passt im Deutschen ein Schmerz, der nicht ertragen werden kann. Die Nebensinnvielfalt des Gerundivums lässt uns also im Deutschen nichts anderes übrig, als manchmal auch den Nebensinn der Möglichkeit zu wählen. Aber lass uns mit Beispielen fortfahren. Homines Amandi Das sind liebenswerte oder liebenswürdige Menschen. Edificia visenda Jetzt darfst du mal selbstständig übersetzen. Drücke auf die Pausentaste und überlege. Viel Glück! Du müsstest so etwas heraushaben wie sehenswerte Gebäude. Domus Renovande Achte darauf, dass das U bei Domus lang ist. Denke dir mal verschiedene Übersetzungen aus. Drücke die Pausentaste und überlege. Unter anderem wäre also möglich als Übersetzung Häuser, die zu renovieren sind Renovierungswerte Häuser Renovierungsbedürftige Häuser Der Nebensinn ist hier wirklich zweifelhaft. Lass uns mal eine sehr wörtliche Übersetzung versuchen. Dann könnte das stehen Zur Renovierung vorzusehende Häuser Und wir hätten damit auch noch den futurischen Sinn getroffen. Im lateinischen Ausdruck Domus Renovende stecken im Grunde mehrere Nebensinne drin. Nämlich Der der Notwendigkeit Auch der der Möglichkeit Und schließlich auch Der der Pflicht Denn man müsste, könnte und sollte verpflichtend in der Zukunft Die Häuser für die Renovierung vorsehen. Cäsar benutzt der fleißig Gerundiv-Ausdrücke, die attributiv zu stehen scheinen. In conciliis capiendis Ad hec cognus cenda Navium parandarum causa Difficultas belli gerendi Animus ad bellasus capienda promptus Und viele, viele, viele mehr. Aber wenn du versuchst, diese zu übersetzen, wirst du merken, dass das nicht so einfach geht, wie wir es eben dargestellt haben. Es handelt sich nämlich hier um die sogenannte Gerundiv-Konstruktion. Um die angemessen übersetzen zu können, schaust du am besten auf den vierten Film zum Gerundivum auf sofatutor.com. Und hiermit wollen wir diesen Kurs beenden. Gelernt hast du heute vor allem die adjektivische Übersetzung einiger lateinischer Ausdrücke mit attributiven Gerundivum. Dazu brauchst du am besten deutsche Adjektive mit den Endungen wert, würdig, lich und ähnlichem. Der immer auch futurische Nebensinn des Gerundivums der Notwendigkeit, Möglichkeit und Pflicht haben wir uns verdeutlicht. Die KNG-Kongruenz zu Substantiven und Pronomen war daher heute wichtig. In der attributiven Stellung sowieso, aber auch in der prädikativen Stellung steht das Gerundivum immer in KNG-Kongruenz zu einem Nomen. Das letztere war aber nicht Beispiel und wird es erst später. Heute ging es um einfache attributive Beispiele des Gerundivgebrauchs. Fortsetzen kannst du deine Begegnungen mit dem Gerundivum in mehreren Filmen auf sofatutor.com. Als nächstes käme Gerundivum, der vierte Teil, die sogenannte Gerundiv-Konstruktion. An dieser Stelle bleibt mir aber nichts anderes, als euch auf Wiedersehen zu sagen. Valete et Gaudete, euer Lateintutor Radetzky ... ... ... ... ...